Sabine Wohlfahrt Guten Tag, ich heiße Sabine Wohlfahrt. Wie heißen Sie? Ich heiße Olga Minakova Woher kommen Sie? Ich komme aus Russland, aus Moskau. Ich heiße Olga Minakova Ich heiße Sabine Wohlfahrt. Wie heißen Sie? Ich heiße Olga Minakova Woher kommen Sie? Ich komme aus Russland, aus Moskau. Guten Tag, ich heiße Sabine Wohlfahrt. Wie heißen Sie? Ich heiße Olga Minakova Ich heiße Olga Minakova Woher kommen Sie? Ich komme aus Russland, aus Moskau. Guten Tag, ich heiße Sabine Wohlfahrt. Wie heißen Sie? Ich heiße Olga Minakova Ich heiße Olga Minakova Woher kommen Sie? Ich heiße Olga Minakova Ich heiße euch Kla.. Ich heiße Olga Minakova